Peter Stöger ist jetzt im zweiten Jahr in Köln, es gefällt ihm gut. Seinem Gegenüber von gestern, Roger Schmidt, scheint das nicht so zu gefallen, was dort passiert. Er hat gestern nach der Partie gesagt, so könnte ich nicht spielen, so wie Köln, dann wäre ich kein Trainer. Kleiner Arroganzanfall, oder wie sehen Sie das? Ja, mir wurde es ja auch nicht zugetragen, weil auch ein wenig überrascht ist, in der PK hat das nicht gesagt. Ich weiß nicht, es ist für mich schwer jetzt. Das heißt, wir haben ja schon auch in Österreich mal zu tun gehabt. Was hat der Theater gehabt? Nein, eigentlich kein Theater gehabt. Er war Trainer von Salzburg, ein ganz gutes Budget zur Verfügung gehabt. Und wir mit Außerwien haben dann die Meisterschaft gehabt. Ich weiß nicht. Er hat auch mit österreichischen Kollegen das eine oder andere Mal ein Problem gehabt, mit mir eigentlich nicht, muss ich fairerweise sagen. Ja, es ist mir auch relativ schwer, weil ich versuche halt, vor allem den Kollegen und den Leuten auch ein gewisses Maß an Respekt entgegenzubringen. Weil ich weiß, das ist ein toller Job, aber es ist auch ein schwieriger Job. Und ich weiß nicht, Respekt gibt es halt am Transfermarkt nicht zu kaufen. Das ist ein bisschen. Klar.